Musik Reine Schuhrwolle kann wegen ihrer starken Kräuserung viel isolierende Luft aufnehmen und je nach Klima, Feuchtigkeit speichern oder abgeben. Es findet also ein ständiger Temperaturausgleich statt, die dafür sorgt, dass man nicht nur modisch angezogen ist, sondern sich auch bei jedem Wetter drin wohlfühlt. Die Argana-Wolle, die ihnen Gold anbietet, kommt hauptsächlich von den Grossbretz, einer Kreuzung zwischen Merino und Chebio Schaf, wie sie im grossen Stil in Argentinien und Uruguay züchtet. Nach dem Scheren und Waschen kommt die Wolle in solchen Kanzuglücken in die Schweiz. In der Kammgarnspinnerei BPA in Lintal wäre es für Gobe weiterverarbeitet. Zuerst wird der Kammzug zu einem gleichmässigen Vorgang gemischt und gestreckt. Dann entsteht in der Spinnerei in verschiedenen Arbeitsgängen das eigentliche Garn. Und in der Färberei sorgen die Spezialisten dafür, dass die Wolle auch immer in den aktuellen Modefarben verfügbar ist. Ich sehe das, obwohl eine Vorgabe angenehm zum Tragen ist, es gibt sie in vielen Modefarben, sie ist preisgünstig und... Einfach bestrücken! Guten Abend! Saläte eignen sich gut als Vorspeis, weil sie nicht nur den Appetit anregen, sondern auch einen guten Blickfang zum Auftakt vom Essen bieten. Besonders farbig wird das Bild, wenn man verschiedene Saläte miteinander kombiniert. Rande habe ich mit der Rösti-Rafle verrieben. Sellerie in feine Würfelchen geschnitten und der junge Spinat ganz klar. Damit aber nicht nur im Auge, sondern auch im Gaumen Abwechslung geboten wird, gibt es zu jedem Salat eine andere Soße. Diese hier ist mit saurem Halbrahm gemacht. Es hat auch Griebenmeerrettich drin. Diese Soße habe ich mit Joghurt Natur angerührt und mit Curry gewürzt. Und die dritte Soße ist auf einer Essig- und Ölbasis mit gehackten Zwiebeln. Das Rezept für diese lustigen Saläte finden Sie in der Coop-Zeitung. Und Sie werden sehen, dass Sie auch einen Salatmuffel bekehren können. Bis am nächsten Dienstag offeriert Ihnen Coop drei Portionen Knorrstocki für nur 3,50. Zweifelchips, Natur oder Paprika, Packung für nur 2,70. Und 20 schöne Moosrosen für nur 7,50. Und morgen, übermorgen und am Samstag gibt es bei Coop Brüsseler Schickoree ein Beutel an 500 Gramm für nur 2 Franken. Auf Wiedersehen!